Ich habe sechs Portionen aus diesem Rezept gemacht. Ich erzähle dir aber, wie du zwei Portionen daraus machst und dann kannst du es variieren. Du brauchst Gelatine für dieses Rezept. Wenn du Blattgelatine nimmst, solltest du jetzt schon viereinhalb Blätter in kalten Wasser einweichen. Du kannst aber auch Agar-Agarpulver oder halt Rindergelatine in Pulverform nehmen. Als erstes gibst du dann Rhabarber geschält und in Stücke geschnitten in deinen Topf und gibst dann Schluckwasser dazu, damit der Boden bedeckt ist und zwei Esslöffel Zucker. Das Ganze musst du jetzt einmal umrühren und dann lässt es auch gleich schon Wasser. Da sieht man das schön. Das Ganze köchelt jetzt so 10-15 Minuten, dann sieht das so aus. Dann kann der Topf erstmal zur Seite. Dann nimmst du dir einen neuen und gibst drei Esslöffel Saft hinzu. In meinem Fall war es jetzt Orangensaft. Und mischt es mit 50 Gramm Zucker und erwärmst es auch auf ganz kleiner Stufe. Das soll nur ein bisschen erwärmt werden, damit der Zucker sich auflöst. Dann kannst du dir 250 Gramm Käfir nehmen und gibst dein Rhabarber dazu und mischt es einmal, damit der Käfir schon mal eine wärmere Temperatur kriegt. Damit die Gelatine, wenn man die nachher dazu gibt, nicht gleich direkt stockt und man einen großen, dicken Klumpen hat. Und in den Saft gibst du dann deine Gelatine, entweder 4,5 Blatt, die du schon eingeweicht hattest zu Anfang, oder 5,5 Gramm Agar oder 2,5 Teelöffel Rindergelatine Pulver. Und das vermischst du dann, wie gesagt, nicht kochen und gibst es dann in dein Milchkäfir. Das Ganze dann einmal umrühren, dass die Gelatine und der Milchkäfir sich einmal vermischen. Und dann kannst du das alles in eine Form gießen, kannst auch kleinere Formen nehmen und das später stürzen. Ich habe mich jetzt für eine normale große Glasschüssel entschieden, weil ich ja wirklich die sechsfache Menge hatte. Dann einmal mit Frischhaltefolie abdecken und für drei bis fünf Stunden ungefähr in den Kühlschrank. Je mehr Masse du hast, desto länger dauert das Erkalten. Ich habe dann nach fünf Stunden nach meinem Dessert geguckt, da war es schon fest. Wie man hier sieht, ist es echt standfest und man kann es dann halt sogar stürzen. Das finde ich ziemlich cool und es ist total lecker. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonnier gerne meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.